Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Trialsfusion. Wieder mit der großen Runde Pardau Rampage, Nils, Ferb und Bunze Abt. Nun, wir haben alle noch mal schnell einen Clown gefrühstückt und sind jetzt wieder bereit. Was? Pardau ist noch einer. Pardau ist noch auf der Schüssel. Ja, ja, ja. So, ich hoffe, ihr habt euch alle erholt von der letzten Folge mit der überlangen Strecke. Ja, aber gewann nicht lang, oder? Nur 30 Minuten. Nur, dass wir scheiße waren. Du warst scheiße. Nur Arnold, nur Arnold zu Rest nehmen. So, okay. Sieht schon auf jeden Fall seltsam aus. Ich warte erstmal was immer. Achso, oh. Alles klar, ich bin runter gefallen. Easy. Ich bin mal vorne. Unbestützt. Es hat nicht gezählt. Alter, cool. Ist echt cool, dass sich das zusammenbaut. Ja, erstmal muss man über den ersten Sprung rauskommen. Ja, das muss man wissen. Ja, sag mal. Hä? Ich habe ihn beim ersten Mal geschafft, bin am Checkpoint durchgefahren, danach gecrasht und dann habe ich gezählt. Was kommt hier jetzt für eine Scheiße? Alles klar. Oh, okay. Habe ich nicht geschafft. Ich will es mich verarschen. Jetzt schaffe ich es nicht mehr. Alter. Oh, Mann. Jetzt fängt es schon wieder an, Fader, sagst du? Nee, nee, nee. Der hat mich bloß entschrauben. Alter. Oh, Mann, das ist viel. Hey, was ist denn jetzt? Die sich bewegen, die Dinger. Ach, jetzt, endlich. Alter. Ja, genau, das meine ich. Ach, du Scheiße. Das mit dem Schraubenschlüssel. Mit der Rotosäge da oben. Mit der Rotosäge. What? What, guys? Komm, ich habe es trotzdem noch mitgenommen. So ein fieses Stück. Ich bin so ein fieses Stück. Alter! Alter, wie geil ist die? Bitteschön. Ohne Witz. Mega. Also ich finde sie geil. Ich finde sie auch geil. Oh, Alter. Und Ziel. Oh, das war geil. Nice. Hey. So. Simon, wo bist du? Ich bin jetzt. Der erste Checkpoint habe ich geschafft. Ich kann dich gar nicht. Ich kann dich gar nicht angucken. Da ist nur so ein brauner. Da ist scheiße. Ja, das ist jemand. Hey. 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 Das reagiert. Ach, das ist doch kacke. Gar nichts. Ne, das war ich. Oh, Mann. Wieso nimmt mir der Kerl da immer mit seinen Zahnrädern meine Karre. Oh. Ja, dann darfst du so springen. Ja, ja, hab's schon gemerkt. Gott, verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Aber knapp. Es ist viel zu wenig Zeit. Ja, Mann. Ja, die Assis fahren halt immer so vorne weg. Ja, Mann. Wie nicht so schnell. Hassi, Pader und Nutten war schon los. Huren. Huren Arnold. Huren Arnold. Der geht an Männer, wenn er schon richtig. Achso, Entschuldigung. Ja. Er hat nicht... umsonst jahrelang dafür studiert, für diesen Titel. Ja, klar. Muss mich noch mal anerkennen. Das ist es war. Ja, ist so. Ja, geil. Und gleich fliegen gelegt. Ja. Hui. Wo ist denn da der Checkpoint? Halt's Maul. Es ist einfach nur gut aus. Och, Mann. Becker, was... Warum muss denn da die Schwele da oben ran? Die Schwele war doch geil, Mann. Uiih. Oh. Oh, schneller Checkpoint. Komm schon. Hi, Arnein. Jetzt hab ich die Schwele zum ersten Versuch geschafft. Und jetzt kommt ewig lang kein Checkpoint. Du bist so ein Hurenkind, weißt du, dass du so wieder so weit vorne bist? Ja. Paderlein. Ach ja, ich hab dich auch lieb. Hol mir mal ein Keks. Ich kann diese Schwellen, diese Kanister und so, kann ich nicht leiden, Mann. Wenn sie mitten auf dem Weg liegen. War dann vorbei. Es erinnert mich jetzt alles an diese Map. An diese eine Map. Ach so. Ja, die musst du schon, die musst du aus deinem Gedächtnis streichen. Oh, oh. Hä? Hä? Mami? Fußbohren? Hä? Mach ich das falsch oder wie? Ich komm da nicht hoch. Aaaaaah! Right hinten. Oh. Ja, nee, ist klar. Jetzt mal ohne Scheiß, wie kommt denn der noch? Aaaaaah, Mann! Abschaut. Wie hast du das gemacht? Vorrat ich dir gleich. Du bist ein Hurenkind, weißt du das? Oh nein, weißt du was denn kommt, Arnold? Nein, ich hab's ganz kurz gesehen. Es geht sich. Alles gut. Pada, sag mir, was ich machen muss. Arnold, es ist total easy. Ich hab's geschafft. Im ersten Versuch, mit dem Ziel. Ja! Ja, wenn du den Schwung mitnehmen kannst, dann geht das. Ich hab's auch geschafft. Wieso hab ich jetzt geschafft? Als ob ich was anderes gemacht hätte. Wie Steve-Wolf was gekotzt hat, ey. Ja, das kam von ganz tief. Ich hab gedacht, ich hol's dir her, wo es Pada letztes Mal bei Rocket League hergeholt hat. Dann war der auch locker easy geschafft. Das war nicht Pada, das war der böse Pada. Der auch der Böse Pada. Wer ist das? Wer ist das? Das war Madden. Oh Madden, wie bitte. Das geschieht, der klappt recht. Ach, das ist gut dabei. Komm schon. Nein, komm schon. Nein! Irgendwie hat dich nicht da am Start. Fabian, bist du da? Ja, ja. Er hat sich geschafft. Er hat sich geschafft. Nein! Nein! Oh, das wird mich jetzt schon angekotzen bei der Hände. Oh, das ist bitter. Fick dich, Arno. Was, Fabian, wir waren nicht mal am Ziel, oder wie? Oh, Mann! Nicht mal beim ersten Checkpoint. Achso. Nein. Oh nein, nicht die schon wieder. Heute ist nicht dein Tag, Fabian. Meiner auch nicht. Ich wollte, äh, ja. Wieso machen wir das? Wieso spielen wir dieses Spiel? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, das ist das letzte Mal, dass ich spiele. Oh, ne Witz. Wir müssen mal ein Opfer bringen. Menschenopfer, dass es irgendwie besser läuft. Alter! Ja, genau. Ich fühlte mich mehr dafür, wenn auch von Butters. Ja. Butters? Kennt ihr diese Folge, wo Butters, ähm, Das bin ich. vortäuscht, dass er tot ist und dann die Eltern bringen, dann irgendwo so einen Bacon-Pinkster. So einen Leichnam auf dem Indianer-Friedhof und holen ihn dann wieder, sozusagen. Kennt ihr die? Was? Ne. Die müsste ich machen, das ist mega, ey. Ich kenne auch die Folge, wo Cartman Butters im Atomschutzbunker einsperrt. Ja, die ist gut. Die kenne ich auch nicht. Aber es passiert nichts, denn der lässt sich da drin, gell? Ich kenne die ganzen Leute. Was ist denn da los, ey? Er will irgendwie auf, auf Kennys Geburtstag eingeladen werden und allerdings ist der Geburtstag schon voll. Und deshalb muss er Butters einsperren, dass der halt absackt oder dass der nicht kann und einen Platz dafür frei wird. Wieso komme ich da nicht hoch? Alter. Der kommt da auch nicht hoch. Komm, kommt. Das ist ein Geldschwunge. Martin, nice. Der Martin ist auch noch vorne dran, scheiße. Alter. Juhu. Waha, zweiter. Dritter. Wir müssen den DNF. Yes. Was? Ich glaube, die Strecken war total easy. Ja, Mann. Ich bin Pader und Adolf ganz hinten. Kommt er nicht hoch? Die schweren Brüche schaffen sie alle und dann sowas Einfaches und... Das ist doch das Problem, Fabi. Nein, Mann. Yes, come on! Du darfst dich das Ding erwischen. Pader kriegt keine Punkte. Ja. Ja. Komm schon, geh, leg dich hin. Oh nein. Fabi, du warst vorne? In sechs, fünf, 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 vier, vier, drei, zwei, eins. Da kriegst du hinterher. Ja, Fabi, du hättest du nichts gesagt. Ist doch egal. Nicht egal. Ich bin jetzt wirklich bunkel. Dann wärst du jetzt vorne, Arnold? Nein, egal. Immer noch Zeit. Komm, wir noch. Komm, wir noch. Strecken. Komm, wir noch. Komm, wir noch. Jetzt kommen noch ein paar Strecken. Wuhu. Und Nils, macht's dir Spaß? Nein. Total. Nein, ich hasse euch. Ich hasse euch im Film, Wichser. Ihr herzlichst meine Masse. Letzte Folge mit Nils. Und mit mir. Wow, wow. Ich sag mal so, die Leute sind ja gut, aber wenn er spielt, sie geht. Boah, das ist ein Siedler, Alter. Ey. Das ist echt so, oder? Die haben wir schon mal gespielt, glaub ich. Oh nein. Ja, die haben wir schon mal gespielt. Ich nicht. Find die eigentlich ganz cool, mich jetzt. Ich weiß gar nicht, wie jetzt alles aufgebaut wird im Hintergrund. Oh, oh, oh. Nein. Oh, 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 oh. Fuck. Oh, jetzt bleibt er gerade da dran hängen. Fuck. Oh, wie er jetzt aufkommt. Oh, man. Wie es einen zurücksetzt. Maaan. Und alle ziehen mir vorbei, einfach. Ja, das hat trotzdem nicht klappt, das hat trotzdem. Was? Ich drücke Gas und er macht nichts. Nice. Ich glaube, ich, ja, hier, das schaffen wir. Ach, geschafft. Oh, shit. Alter, come on. Ich habe diese eine Stelle hier. Oh, es wäre so geil, wenn er das Maschinen jetzt nicht schaffen würde. Ah, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem, Junge. Komm schon, Lil, du schaffst das. Ja, ich bemühe mich. Ist sie. Nice. Lilz, komm. Wo geht's da weiter? Ach so, er fackt bei mir rum. Sein Motorrad bewegt sich bei mir gar nicht. Schön. Schön gemacht. Wie komme ich da über die Lücke? Nein. Hä? Ach, das hat mich zweimal da zurückgesetzt. Ich dachte, da darf man nicht drin landen. Shit, komm. Oh, oh, oh. Ich habe es nicht geschafft. Ich bin zweimal in dem einen Loch gelandet. Und dann war ich immer weg. Dachte ich, okay, man darf noch nicht landen, man muss drüber springen. Und habe es dann andauernd versucht und zurückgesetzt. Oh, nein. Donkey Kong. Donkey Kong. Ja, was habt ihr gedacht, was Donkey Sarkis ist? Ich habe noch etwas mit Donkey Kong, keine Ahnung. Donkey Kong, ja, genau. Donkey Kong. Donkey Kong. Nein. Alter, what? Oh, Gott. Ich blick jetzt schon aus. Ich sage mal, die Folge wird auch lang, liebe Zuschauer. Alter, what? Alter, die Musik wiederholen sich die ganze Zeit nicht schrecklich. Hä? Easy. Wie? Nein, bitte nicht. Nein, immer wenn man zurück ist, ist die Musik. Alter, das war übrigens das letzte Mal, dass ich wieder aufgenommen habe. Oh, nein. Die Musik. Nein, 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 nein. Ich hasse diese schwule Scheiß-Donkey, ey. Oh, wie kommt ihr da hoch? Ach, komm. Das hänge ich schon ewig an der Scheiß-Stelle. Die Musik ist echt scheiße. Hey, das ist eine Scheiß-Stelle. Oh, Gott, ey. Die Bustik, die kekst mich jetzt schon dran. разные Musik. Wie die été mentorship, wenn ich jetzt morben losgehe. Ich scheiß Geräusne. Ja, Mann. Wieso macht man das? Der Arnold, der will mich heute tot sehen. Ich sehe das schon. Bist eine richtige Assi, wie kann man denn solche Strecken heute nehmen. Weiß ich nicht. Motorrad ligt ja nur, Arnold. Wee! 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 Da muss ein bisschen mehr Gas geben. Doch, Mann. Das war's. Bist wieder raus? Yep. Der Anzeigengreiber ist abgestürzt. Yay! Oh mein Gott. Pader, komm! Ja toll, jetzt bin ich der Letzter, danke. Oh Mann. Was? Die Musik war's nicht einfach, okay? Die macht mich so derbe fertig gerade. Schade. Ich wollte sie grad irgendwie ausstellen, aber das geht leider nicht. Oh, Zentimeter vorm Checkpoint, ey. Ich geh noch die Ratze an der Batze, ey. Alter, das Party ist echt hart, ne? Alter, ich drehe durch, ich drehe richtig durch. Nein, dich nicht schon. Alter, die Musik, ey. Ich... Wenn die nicht wäre, ey. Ich hoffe, ich krieg's einen fetten Strike dafür. Äh, kein Strike, sondern so ein Copyright-Ding. Einmal Spaß. Ich bin hinter Mushroom. Hallo Mushroom. Ich seh dich gar nicht, Junge. Ist das voll das Problem? Bin auch zu klein. Ich komme nicht weiter bei dem Scheiß, ey. Wo genau bist du? Bist du vor mir, Fabi, oder hinter mir? Bin hinter dir, jo. Weiß ich, die Musik. Die Musik, Alter, die macht mich kaputt. Ja, und warum sind sie Massenmörder geworden? Ja, die Musik, ey, die macht mich kaputt. Was ist hier nur los, ey? Du sollst nicht immer gegen die Decke fahren. Warum sind sie Massenmörder geworden? Warum sind sie Massenmörder geworden? Das war dein Bruch des Tages, Fabi. Alter. Ist doch wahr, ey. Wieso sind sie Massenmörder geworden? Ja, wissen Sie? Wissen Sie, da gab's mal so einen Vorfall. Da gehst du ins Spiel, wissen Sie? Ach, komm, spring doch über das Ding. Ist einfach drüber, Mann. Alter, wo kommst du denn über das Ding drüber? Alter, der Scheiß muss umliegen. Der ist so abgefuckt, ey. Warum ist da Simon wieder draußen? Wird er wieder pervers? Nein! Nein! Martin meint nicht. Nein Martin, sagst du Nein? Ja, Gott sei Dank. Arnold, warte bitte bevor du ins Ziel fährst. Oh ja, warte noch zwei Minuten, bitte. Wie soll, diese Musik soll ich noch ein bisschen ertragen, oder wie? Du musst sie noch nicht am Stück einhören. Weil sie so schön ist. Ne, die wiederholt sich ja trotzdem. Ja? Ne. Boah, ich kotze gleich gegen alle Wände. Alter, ey. Ja, der holt sich trotzdem. Fuck, ey. Alter, ich kann nie wieder ins Ziel. Ich bin gleich im Ziel. Ich bin außerhalb der Maps. Schaut mal. Wie kommt man denn hier drüber, Mann? Nein. Wie soll das denn gehen? Ich fahr jetzt. Nein! Hä, wo muss man denn da hin? Ich hab's nicht, ich hab's nicht geschafft. Arnold, wenn du fährst, ist viel. Ja, ist okay. Als ob Pader jedes Mal... Jemals... Jaja, als ob Pader immer warten würde. Ich hab auch tausendmal gewartet. Nein. Doch. Tausendmal? Nein, ist gelogen. Hä, muss man da zwei Minuten fahren? Nein, das ist Looping. Einer, Fabian, das macht die Wahnsinnig hier gerade an dieser Stelle. Ja! Hast du es geschafft? Kann ich weiterfahren? Nein, 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 nein. Meine Figur schaut zwar ein bisschen nach rechts. Alter! Ach, komm schon! Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ach, Kacke. Alter, ich krieg hier noch die Krise, ey. Yo. Alter Scheiße. Ja. Ha, Checkpoint erreicht, schön. Ich will auch noch rein, ey. Bist du bald da, Vater? Alter, warte doch mal kurz. Du bist doch schon da, jetzt komm. Bin ich überhaupt nicht. Was glaubst du für ein Bullshit? Hä? Wie soll denn das gehen? Na endlich. Ich hab's nicht geschafft. Ich hab's geschafft, Mann. Du kleines Huhnkind hast nicht gesagt, dass du da bist. Ich wusste nicht mal, dass, ich wusste nicht, dass es hier hinten weiter geht, ey. Alter Scheiße. Alter Scheiße. Doch, ich kann den anderen zuschauen. Ich kann nur Fabi nicht zuschauen, den anderen kann ich zuschauen. Ich kann Fabi zuschauen. Wo muss ich denn hin? Runter. Ah. Ich hab doch schon versucht, nach oben zu fahren. Ha, ha, ha. Alter, ey. Alter, ey. Alter, das ist wirklich die Musik ausgegangen, ey. Alter, gell. Boah, wie befreiend. Was machst du denn, Martin? Ich weiß es auch nicht. Ha, ha, ha. Oh. Scheiß Bike. Geiß, ey. Musik auf. Das war der Musik auf Schalter. Das lese ich erst jetzt. Nice. Gott. Gott, ey. Glückwunsch, Walter. Danke. Das war's wieder. Vielen Dank, Freunde, fürs Zusehen. Vielen Dank. Ey, dritter. Merci. Tschüss. 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 Ita da 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 da. Alter, kann ich dein??? Vielen Dank.